Ich habe es geschafft. Ich habe meine neue Leidenschaft, den Renner Roadtoolsport, für mich entdeckt. Vor einem Unfall war ich Kunstschulner, bis ich bei einem Top-Bus-Alto auf den Kopf gestürzt bin. Seither bin ich quer schnell gelämmt. Noch während der Reha war für mich klar, dass ich nachher wieder Sport mache. Anfangs habe ich verschiedene Sportarten ausprobiert, bis ich mir sicher war, dass der Renner Roadtoolsport die richtige Sportart für mich ist. Erst danach habe ich meinen eigenen Renner Roadtools gekauft. Für querschnittgelähmte Menschen ist die sportliche Betätigung enorm wichtig. Die körperliche Fitness hat einen direkten Einfluss auf ihre Gesundheit und ihre Selbstständigkeit. Zudem ist der Sport ein wichtiger Faktor für die soziale Integration und die aktive Teilhabe in der Gesellschaft. In unseren Sportberatungen äußern die Rollstuhlfahrer oft den Wunsch, in verschiedenen Sportarten Sportgeräte zu mieten. Aktuell ist das leider nicht möglich, weil wir in den meisten Sportarten gar keine Miet-Sportgeräte haben. Das möchten wir jetzt ändern und anfangen möchten wir in diesen Sportarten. Musik Dazu brauchen wir jetzt Ihre Hilfe. Unterstützen auch Sie das Projekt zur Anschaffung von Miet-Sportgeräten. Über Jakung Untertitelung des ZDF nach März mit Untertitelung des ZDF Neutra Vielen Dank.